So Freunde, es ist wieder soweit. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer. Ja, vielleicht kennt ihr mich, vielleicht auch nicht. Deswegen sage ich erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Minga. Und was wir in München machen, ja, ich glaube, es wird ein sehr geiles Video, weil wir gehen zum Konzert von unserem Bruder A-Man. Für alle Leute, die A-Man nicht kennen. Nicht nur A-Man ist am Start, tatsächlich ist auch Nemo dabei. Es ist Cello und Abdi dabei. Damit meine ich nämlich Besuchstag. Und wer auch noch dabei ist, ist Oleg Sash Automat. Wir sind eingeladen. Amo und Amos, Bro. Amo? Amo und Amos. Amo ist auch da? Ja, ja. Halad, Amo? Bruder, Andro Amor. Ehrlich? Amo! Wir sind eingeladen, beziehungsweise wir haben das Glück, uns das Konzert anschauen zu können. Wir wurden eingeladen und ich meine, wenn man so eine Einladung bekommt, habe ich mir gedacht, nehme ich mir, also nehme ich wahr. Ja, und es ist auch korrekt, weil ich kann euch Content bieten, vielleicht für den einen oder anderen, der ist sich noch nicht ganz sicher, ob er aufs Konzert gehen soll. Ihr habt ihren Einblick dafür. Und wir haben einen absoluten Special Gast, der wirklich, wirklich, wirklich das Iter-Fischchen von den Glatzen ist. Wow, Leute, was geht ab? Was geht ab? So, wir machen uns auf den Weg nach München. Ich würde sagen, bis dahin, peace out. Und... Lasst ein Like da, Leute, jetzt schon. Drückt jetzt auf Stopp und lasst ein Like dafür, Willis. Liebe geht raus, bis dann. Ich bin ja ein paar Jahre älter als Eldos und so, keine Ahnung, zu meiner Zeit so ein Cello- und Abdi-Besuchstag parallel dazu, deine Mutter einandara. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so in einem YouTube-Video sagen sollte, aber, ähm, ja, Songtext. Oder bei, zum Beispiel, der erste Song, den ich von Nemo kenne, Bitter. Dieses Leben schmeckt so bitter. Mein Jungs sind hinter Gitter, Frauen und Männer sind am Zittern. Ist das richtig? Kennst du den Song? Nein. Boah. Aber ich kenne heute mit mir. Bruder, Oleg Sash habe ich auch einen ganz, ganz, ganz alten Brett-Song, den ist das erste, den ersten Song, wartet mal. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, der erste Song, den ich, wo ich in Verbindung mit OL kam, war, äh, Purple Haze. Voll random, aber Purple Haze, Ivan Drago, äh, das war, weiß nicht wie alt das schon, 2014. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon älter. Das waren die ersten Songs von Oleg Sash, dann hatten wir Cello Abdi, wir hatten Nemo, wir hatten OL, Amen kenne ich jetzt, äh, Amu kenne ich jetzt. Ja. Wir machen euch jetzt so eine kleine Car-Pool-Simulation. Genießt das, bewertet, welcher Song euch am besten zurückgebracht hat, was ich gerade erzählt habe. Up and down, up and down. Groß wach, Erwachsenen vollzug, Mutter ist im Klass heute zu Besuch. Ich sagte, fick bitte meine dicke Silikonfitte, ich friff bitte aus meinem Brot, aus Rippen. Sie ist nicht mit mir. Hey, du sagst dein Freund, denn du bist direkt mit dir. So, und abschließend kommt jetzt nochmal ein Song für die Leute, die ihn nicht kennen. Und falls ihr ins Fitness geht und ihr gerade vielleicht zum ersten Mal bei eurem Maximalgewicht seid, probiert diesen Song reinzutanken. Weil ich bin mir 100% sicher, mit diesem Song werdet ihr nicht abkacken. Das ist eine krasse Empfehlung von mir. Also, geh mal raus. OL. OL. Der West geht zur Seite. Man stimmt wie zu, was kann ich patschen. Das Feinste. Ey, ich diskutiere gerade darüber, aber ihr habt gerade gesehen, wir sind turn up. Ja, glaubt ihr, glaubt ihr mir und ich call es, ein Heute mit mir Part 2 oder Teil 2, das ist der Move, den man machen muss. Falls es irgend sowas mal jemals in Planung gegeben hat oder es noch nicht geplant ist, Nimo, plan es jetzt, bitte. Oder? Statt. Oder Heute mit mir oder Heute mit dir. So, nur Worte. Ne, wurde halt schlecht, ne? So, wir sind jetzt angekommen in München. Ich bin El Don und wir reden direkt pünktlich zur Show. Deswegen jetzt am Schnallen und genießt es. Viel Spaß bei der ganzen Show. Ich bin zurück von Anfang an. Und immer wenn der Mondschein fällt, die Stimmen laut. Das ist die Welt fliegt nicht schon geil. Oh, schön. Ich bin noch ein bisschen in München. Das ist die Welt fliegt nicht schon geil. Ja. Ich weiß nicht, A-Man ist Nürnberger Junge, ich komme auch aus Nürnberg. Und ich finde es so cool, dass er auf der Bühne steht. Ey, man, falls du das siehst, Lünberg Represents! Ich bin kein Lied, ich bin kein Lied, du hast den Schild im Lied, du hast den Schild im Lied, deine hat Respekt vor dir. Weugen wir auf Snapchat! Amo! Ey, warst du wie so in Lade? Ja klar. Also ihr habt es gerade gesehen. Amen und Ammo, wir sind 1-2 Minuten zu spät gekommen. Wir haben euch schon gehört. Aber das, was wir gesehen haben, man sieht es im Video, ihr habt es vergessen. Danke, dass ihr hier seid heute. Dankeschön, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Ich bin aus der Puste. Ich freue mich, dass mein Bruder Willi hier ist. Ich habe gesagt, wenn wir representen, gefällt mir. Hey, da ist mein Bruder. Nee, ich bin Hund. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dich jetzt zum ersten Mal live gesehen. Ich fand euch stramm. So kleine Rockstars. Man muss sich noch an diese In-Ears gewöhnen. Bruder, weißt du, wie teuer diese In-Ears sind? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich weiß, dass man sich dick, dick, dick gewöhnen daran muss. Ich schwör es nicht. Warte mal. Warte mal. Was ist das? Ah, du schätzt es auch nicht. 1,7 Millionen, woher es schöner ist. Ich finde das so lustig. Amo gibt mir so richtig, ich meine das aber im Positiven. Dieser ekehafte Rapper. Guck mal seine ekehafte Brille an. Diese manche Brille. Haare perfekt. Gelenkt. Noch mit Kippe. Also steht die Unnormale, Bruder. Das meine ich. Guck mal Elders an. Was? Ja, das ist der Rapper und das ist der Playboy. Wisst ihr? Ist er doch. Ey, das sind zwei Legenden in meiner Augen. Ich schwör das sind zwei Legenden. Das sind Legenden. Böde. Das ist so geil. Seid ihr ready. 3,2,1 3,2,1 Will ich nicht mehr ab, mit mir auch mit deinem Bart in den Rat Wie du auch damit ja, mit deinem Garten pinchst du ab Was ich da immer whisper, die von der Füße kopf, dich kann und die Klasse Wicht da ab, mit mir auch mit deinem Bart in den Rat Wie du auch damit ja, mit deinem Bart in den Rat Will ich auch als intend? Wicht der Tudant! Ich sag dir, StreetVPN schützt Ich glaube, Eamon geht jetzt auf die Bühne und er ist nervös. Jetzt haben wir die ganze Zeit. Wenn jetzt Besuchstag kommt, Baby, Baby, Tränen liegen. Ich glaube, Eamon geht jetzt auf die Bühne und er ist nervös. Ich glaube, Eamon geht jetzt auf die Bühne und er ist nervös. Ich merke gerade, weißt du welcher Song jetzt kommt? Heute mit mir? Nein, nie wieder. Aber ich schwöre, nie wieder. Nie wieder. Und in diesem Sinne, Devin schickt die Leute zu nie wieder. Wie Sie nöe ли, denken Sie mit mir? стр Danke schön und dein Brate Moi! Mein Brate Moi! Nein, wo ist sie? Nein! Das Valios ist weg! Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo, bravo! Meinst du mich zu da unten hängen? Vielleicht ist es auch möglich, ne? Ohne, ohne! Ohne Händischlaut! Wollen wir uns da schon wieder drei Händische oder haste? Hey! Hallo! Habib! Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wie ihr? Ihr seid 1.500 Leute und du willst, dass Habib die Lose nicht hat, da alle zusammen sechs Familien, keine Ego-Filme halten! Okay! Ey, wir müssen halt erst auf die Kuh, wir kommen jetzt auf die dritte Welle! Wir haben einen Ried zusammen! Was ist das? Ist das ein Kartenspiel? Erklärt mir mal bitte in den Kommentaren, was die spielen! Ich versteh's nicht! Boah! Ich sag wirklich, ist geil! Und jetzt kommt das große Aber! Es ist brutal heiß! Es ist brutal heiß! Was? Aua! Adam! Du hörst es! Geh rein, Adam! Also wir wissen wo ja wir importance ich Guck! 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 Guck, Guck, Guck! Und ich steh' vor dir! Es heißt uns Freunden, freut uns sehr, wie sie Musik probiert. Ja! Ja! Aber es ist ein Freund. Okay, ich weiß nicht, wie das für euch bis jetzt rüberkommt, aber ich habe extrem viel Spaß dafür, dass das Ganze so spontan ist und Eamon einfach mal so gesagt hat, ey Bruder, willst du vorbeikommen? Habe ich das Gefühl, es wird ein geiles Video. Hä? Hä? Ja. Video, wo ich mal ein bisschen schlafen kann. Oder laden, was los laden. Yeah, geiles Video, Alter. Na, oder? Bleib jetzt mal ernst. Bruder, ich habe mir gesagt, es wird geil. Ja? Und du musst überlegen, nach dem ganzen Punkt, es kommt noch ein kompletter OLEX und dann gibt es noch Zugaben. Wer ist heute mit dir? Äh, sie ist mit mir. Ich sage nicht, wer. Design, zeigt mir schon noch schnell Design. Zwei Sprüche. Weißt du, wie du willst? Du musst ja doch zwei Sprüche. Yes. Weil wir sind Sportsman Patrick. Und hier? Ich sage es auch nochmal hier auf Kamera, brutal abgerissen. Danke dir, mein Bruder. Danke, dass du da bist. Sehr, sehr, sehr stark. Sorry, dass ich dir links gebe. Sensei and in the house. Checkt den Bruder ab. Aber alle, die das Video gucken, haben den Bruder schon längst abgecheckt. Was soll ich euch sagen? Schön. Nur Liebe an die New Generation, an die New Wave. Es gibt so viele freshe Leute da draußen. Guckt mir nur einen Gefallen. Und seid nicht für die letzte Generation, sondern gebt Liebe. Teilt eure Liebe und teilt eure Energie. Weil es kommt alles eines Tages wieder zurück. Vertraut mir. Schön gesagt. Schön gesagt. Hallo, grüß mal Sebach. Grüß Sebach. Grüß Sebach. Grüß Sebach. Grüß Sebach. So Freunde, das war's, ich hoffe ihr hattet Spaß, erstmal vielen, vielen Dank an Eamon, dass er das Ganze organisiert hat, auch an den ganzen Jungs, Nemo, und nochmal korrekt, vielen, vielen Dank Nemo, falls du das siehst, auch sehr lieb von dir gewesen, ist ein guter Mann, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, ist kostenlos, deswegen vielen, vielen Dank im Voraus und ich würde sagen, danke Eldon, dass du auch da warst, bleibt gesund, wir sehen uns, wenn es wieder heiß ist, du willst mich, nein, es ist 1-1-1.